In diesem Tutorial werden wir uns mit der Unabhängigkeit von Ereignissen beschäftigen, oder kurz gesagt, stochastische Unabhängigkeit. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, wollen wir natürlich zuerst ein paar Grundlagen klären. Und in erster Reihe den Zusammenhang zwischen bedingter Wahrscheinlichkeit und Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von Ereignissen ein bisschen verdeutlichen. Und ja, ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass euch der Begriff bedingte Wahrscheinlichkeit ein bisschen bekannt ist und dass ihr auch wisst, dass dazu eine passende Formel gehört. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder rechts oben unter den I-Punkt oder am Ende dieses Tutorials den Absparen findet ihr auch dazu ein passendes Video. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, werden wir uns jetzt zwei einfache Beispiele anschauen. Also wir fangen an, hier auf der rechten Seite mit einer Schale, die rote und schwarze Kugel beinhaltet. Und so wie ihr erkennen könnt, gibt es genau fünf rote und fünf schwarze Kugel. Wobei diese Kugeln auch einen Gewinn beinhalten können. Bei der roten gibt es drei Gewinne, bei der schwarzen zwei. Also wir unterscheiden bei diesem Experiment einmal zwischen rot und nicht rot bzw. rot und schwarz und einmal zwischen Gewinn und kein Gewinn, hier mit G und nicht G dargestellt. Und damit das Ganze ein bisschen besser verständlich ist, werden wir praktisch die Daten dieses Experiments in eine Vielfältetafel eintragen. Also wenn wir auf der linken Seite schauen, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Es geht um rot und nicht rot und Gewinn und nicht Gewinn. Und insgesamt haben wir zehn Kugeln. So, wie ihr in der Schale erkennen könnt, gibt es fünf rote und fünf schwarze. Also das bedeutet, von den roten gibt es hier fünf, von den schwarzen ebenfalls fünf. Und bei dem Gewinn sieht es so ähnlich aus. Also insgesamt haben wir fünf Gewinne. Und das bedeutet, wenn wir fünf Gewinne haben, dann haben wir auch fünf Kugeln ohne Gewinn. Jetzt, wenn wir die roten Kugeln wieder betrachten. Bei dem roten gibt es drei Gewinne, deshalb hier kommt ein 3 hin. Das bedeutet zwei Kugeln ohne Gewinn. Und bei dem schwarzen gibt es nur zwei Gewinne und deshalb drei Kugeln ohne Gewinn. Und jetzt wollen wir zwei einfache Fragen beantworten. In der ersten Reihe möchten wir die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass wir mit geschlossenen Augen aus dieser Schale ein Gewinn ziehen. Das könnten wir auch so abkürzen mit p von g, also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Gewinn ziehen. Und insgesamt haben wir zehn Kugeln und fünf davon beinhalten einen Gewinn. Das bedeutet, die passende Wahrscheinlichkeit wäre fünf Zehntel oder ausgerechnet an dieser Stelle 0,5. Jetzt verändern wir ein bisschen die Spielregeln. Und zwar gehen wir davon aus, dass wir jetzt mit offenen Augen ziehen, sodass wir zwischen rote und schwarze Kugeln unterscheiden können. Und wir möchten jetzt die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn unter der Voraussetzung, dass wir eine rote Kugel ziehen. Also, das kann man auch so darstellen. p, r von g. Also, das ist die Wahrscheinlichkeit, ein Gewinn zu ziehen unter der Voraussetzung, dass die Kugel rot ist. Und die beträgt drei Fünftel. Versuchen wir kurz nachzufolzieren, wieso das der Fall ist. Also, wir haben drei rote Gewinnkugeln und wir haben auch nur fünf Kugeln zur Verfügung. Also, rote Kugeln zur Verfügung. Das bedeutet, drei Fünftel ist unsere Wahrscheinlichkeit und das wäre dann ausgerechnet 0,6. Schlussfolgernd können wir an dieser Stelle sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn auf jeden Fall von der Farbe der Kugel abhängt. Also, das handelt sich hier um eine bedingte Wahrscheinlichkeit, was wir ausgerechnet haben. Und gleichzeitig, wenn eine bedingte Wahrscheinlichkeit hier zutrifft, sind die zwei Ereignisse g und r natürlich voneinander abhängig. Also, das wäre die Schlussfolgerung an dieser Stelle. Okay, also, wissen wir bis jetzt, wie es dazu kommen kann, dass zwei Ereignisse voneinander abhängen. Die Frage ist, wie sieht es aus, wenn zwei Ereignisse nicht voneinander abhängen. Und deshalb schauen wir uns hier ein neues Beispiel an. Also, es ist zwar die gleiche Schale, aber der Inhalt hat sich verändert. Guckt bitte genau hin. Es gibt jetzt nur noch vier rote Kugel und entsprechend dann sechs schwarze. Und nur bei zwei der roten Kugel gibt es jetzt ein Gewinn. Dafür bei drei der schwarzen. Also, grundsätzlich unterscheiden wir mal wieder zwischen rot und nicht rot und Gewinn und nicht Gewinn. Und ich habe bereits wieder auf der linken Seite eine Vierfältetafel vorbereitet, die wir jetzt entsprechend dieser Schale hier auffüllen werden. Also, wir haben jetzt nur vier rote Kugeln, deshalb trage ich eine vier und sechs schwarze. Und bei den Gewinnen hat sich eigentlich nicht viel geändert. Insgesamt gibt es immer noch fünf Gewinne. Deshalb fünf Kugeln ohne Gewinn. Jetzt, rote Kugeln mit Gewinn gibt es selbstverständlich zwei. Das bedeutet, nochmal zwei, die keinen Gewinn haben. Und schwarze Kugeln mit Gewinn gibt es drei. Deshalb nochmal drei, die keinen Gewinn haben. Und jetzt möchten wir erneut die zwei Wahrscheinlichkeiten von vorher ausrechnen. Also, in erster Reihe die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit geschlossenen Augen einen Gewinn hier aus dieser Schale ziehen. Und da ändert sich absolut gar nichts im Vergleich zu vorher. Also, wir haben fünf Gewinnkugeln, insgesamt zehn Kugeln. Also, die Wahrscheinlichkeit beträgt wieder 0,5 oder 50%. Jetzt möchten wir auch erneut eine Gewinnkugel ziehen, unter der Voraussetzung, dass die gezogene Kugel rot ist. Also, PR von G, kurz gesagt. Wir schauen kurz auf unsere Tabelle. Wir haben hier an dieser Stelle zwei rote Kugeln mit Gewinn. Und vier rote Kugeln insgesamt. Das heißt, wenn wir jetzt die passende Wahrscheinlichkeit dazu ausrechnen, dann müssen wir 2 geteilte 4 rechnen. 2 geteilte 4 sind wiederum 1,5, was erneut 0,5 ist. Also, wir merken, in diesem Fall spielt es keine Rolle, ob die gezogene Kugel rot ist, um die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn auszurechnen. Und übrigens, auch wenn wir jetzt praktisch P von nicht R von G ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit, eine Gewinnkugel zu ziehen, wenn die Kugel schwarz ist, auch dort würde sich nichts ändern, weil wir haben drei schwarze Kugeln mit Gewinn und insgesamt sechs Kugeln, das bedeutet, wir hätten dann drei Sechstel und drei Sechstel ist wieder ein Halb oder entsprechend 0,5. Also, Schlussfolgerung können wir jetzt sagen, dass in diesem Fall die Ereignisse voneinander nicht abhängen. Also, es ist jetzt auch keine bedingte Wahrscheinlichkeit oder ähnliches. Und die Ereignisse G und R sind dann unabhängig. Und die wichtigste Schlussfolgerung ist dann, dass dieser P von G das gleiche ist wie PR von G. Also, wenn zwei Ereignisse unabhängig sind, dann muss das erfüllt sein. Und diese Tatsache, zusammen mit der Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit, die ich hier auf der linken Seite eingeblendet habe, helfen uns, eine neue Formel zu finden, mit der man die Unabhängigkeit zweier Ereignisse überprüft. Also, auf der linken Seite habt ihr die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit, so dass zum Beispiel das Ereignis G vom Ereignis R abhängt. Und jetzt, wie wir gerade gesehen haben, wenn zwei Ereignisse unabhängig sind, muss gelten, PR von G ist das gleiche wie PG. Also, wir setzen auf der linken Seite das PR von G mit P von G und haben dann entsprechend P von G ist gleich P von R und G durch P von R. Wenn wir jetzt diese Gleichung ein bisschen umformen, so dass keine Brüche mehr vorhanden sind, also wenn wir mit P von R durchmultiplizieren, dann haben wir auf der linken Seite stehen P von G mal P von R ist das gleiche wie P von R und G. Und diese Formel sollte euch was sagen, das ist jetzt bezogen auf die Ereignisse G und R die Formel für die Überprüfung der Unabhängigkeit. In den meisten Merkhilfen oder Formelsammlungen findet ihr natürlich die Formel verallgemeinert mit der Ereignisse A und B und die sie dann so wie hier eingeblendet haben. Und die werden wir auch für unsere Beispielaufgaben benutzen. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Sie ist relativ einfach und deswegen gut zum Einstieg geeignet. Ich möchte euch an dieser Stelle bitten, einfach auf Bausitz drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung zu lesen. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass jeder die Aufgabenstellung kennt und unser Ziel ist, die Unabhängigkeit dieser zwei Ereignisse A und B zu überprüfen. Zur Erinnerung, dafür haben wir uns eine Formel zusammengereimt und genau die werden wir jetzt auch hier benutzen. Das heißt für uns, um diese Formel zu benutzen, müssen wir alle diese Wahrscheinlichkeiten, die hier beinhaltet sind in der Formel, ausrechnen. Also P von A und B, P von A und P von B. Um das zu erzielen, wäre es am einfachsten, wenn wir einfach mal ein Baumdiagramm zeichnen. Und damit wir keine Zeit verschwenden, habe ich das Ganze schon vorbereitet. Also wir drehen zweimal an diesem Glücksrad. Ich denke mir, dass sich jeder das noch vorstellen kann. Also wir haben jeweils drei Möglichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeitsverteilung bleibt natürlich immer gleich. Also die Wahrscheinlichkeit für jede dieser Felder hier oben oder Sektoren ist immer ein Drittel. Entsprechend habe ich jetzt unser Baumdiagramm hier gefüllt. So, und wir fangen jetzt an, diese Wahrscheinlichkeiten auf der rechten Seite Schritt für Schritt auszurechnen. Zum Beispiel, wir könnten am Anfang mit P von A anfangen. Also, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A eintritt. Und so wie es oben steht, brauchen wir die Zahlenpaare 1, 3, 2, 2 oder 3, 1. Entsprechend haben wir dann drei verschiedene Wege in diesem Baumdiagramm. Mit der Wahrscheinlichkeit jeweils ein Drittel mal ein Drittel. Also, jeder dieser Wege hat die Wahrscheinlichkeit ein Drittel mal ein Drittel. Ich schreibe es mal jetzt ausführlich hin, aber natürlich könnte man das auch ein bisschen zusammenfassen. Das sind ja nicht so wilde Zahlen an dieser Stelle. So, wenn wir jetzt das alles ausrechnen, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A. Und das wäre dann insgesamt drei Neuntel oder gekürzt wiederum ein Drittel. Jetzt bräuchten wir noch die Wahrscheinlichkeit für B. Also, P von B. Gut, Ereignis B heißt, beim ersten Drehen wird eine 2 erzielt. Gut, naja, dann gucken wir nur diese eine kurze Wege im Baumdiagramm. Nur die erste Drehung interessiert uns. Und da ist ebenfalls die Wahrscheinlichkeit ein Drittel. Und jetzt bräuchten wir noch die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ereignisse gleichzeitig auftreten. Also, das ist dieses P von A und B. Also, beide gleichzeitig auftreten, bedeutet, bei dem ersten Drehen soll eine 2 vorkommen. Und wenn wir jetzt das erste Ereignis anschauen, da tritt diese Tatsache auch vor. Und dann beim zweiten Drehen muss noch eine 2 sein. Also, wir haben nur dieser eine Weg im Baumdiagramm mit 2,2. Entsprechend wieder ein Drittel mal ein Drittel, was zusammengefasst natürlich ein Neuntel ergibt. Und jetzt zum Schluss setzen wir in dieser obere Formel ein und gucken, ob links und rechts das Gleiche rauskommt. Also, P von A und B, wie bereits ausgerechnet, ist ein Neuntel. P von A ist ein Drittel. Und P von B ist wieder ein Drittel. Und ja, tatsächlich, ein Drittel mal ein Drittel ergibt ein Neuntel. Und das bedeutet, dass links und rechts die gleichen Zahlen stehen, beziehungsweise, dass die Ereignisse A und B natürlich unabhängig sind. Die zweite Aufgabe ist von der Aufgabenstellung kürzer, aber deutlich interessanter. Also, für zwei stochastisch unabhängige Ereignisse A und B ist folgendes bekannt. P von A und B ist 0,18. P von nicht A und nicht B ist 0,28. Und außerdem wissen wir, dass P von A größer als P von B sein sollte. Mit dieser Information sollen wir die Wahrscheinlichkeit für A und für B bestimmen. Ein bisschen einfacher, in diesem Chaos durchzublicken, wäre, wenn man das Ganze in eine Vierfeldertafel einträgt. Und das habe ich hier auf der rechten Seite schon vorbereitet. Also, in erster Reihe tragen wir die Sachen ein, die wir kennen. Also, P von A und B ist 0,18. Das gibt uns bereits die Aufgabenstellung. Und P von nicht A und nicht B ist 0,28. Tja, leider reicht das nicht aus, um die Vierfeldertafel auszufüllen. Aber, damit wir praktisch diese Ereignisse bestimmen, müssen wir natürlich die Tatsache nutzen, dass die Ereignisse voneinander unabhängig sind. Also, kurz gesagt, wir müssen diese Formel hier, die wir bereits schon kennen, nutzen. Also, es wäre gut, wenn wir dann P von A und B hätten. P von A und P von B. Zwar haben wir P von A und B, das sind diese 0,18. Allerdings fehlen uns irgendwelche Ausdrücke hier für P von A und P von B. Und eine Möglichkeit, diese Aufgabe hier zu lösen, wäre einen kleinen Trick zu benutzen. Und zwar zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für A und nicht B oder nicht B und A zum Beispiel X ist, also unbekannt ist. Entsprechend könnten wir dann alle anderen fehlenden Wahrscheinlichkeiten, die wir noch brauchen, also P von A und P von B, in Abhängigkeit von dieser unbekannten X ausdrücken. Also, entsprechend wäre dann P von A, wenn wir die zwei hier zusammen zählen, X plus 0,18. Dann auf der rechten Seite müssen wir irgendwie an diesem P von B drankommen. Deshalb könnten wir erstmal P von nicht B ausrechnen. Das wäre dann entsprechend X plus 0,28. Und dann, um P von B rauszubekommen, müssen wir 1 minus X plus 0,28 ausrechnen. Also, 1 minus 0,28 sind 0,72. Und dann haben wir noch minus X. Und jetzt können wir diese zwei Ausdrücke hier benutzen. Also, das ist P von A und das hier wäre P von B. Und in unsere Gleichung für die Unabhängigkeit der Ereignisse oben links einsetzen. Also, von links nach rechts geschrieben, P von A und B kennen wir ja bereits, ist 0,18, so wie in der Aufgabenstellung gegeben. Statt P von A schreiben wir dann eine Klammer mit X plus 0,18 und mal P von B ist dann eine Klammer mit 0,72 minus X. Und was ihr jetzt hier vor den Augen habt, ist eine Gleichung mit einer Unbekannten. Das bedeutet, wir lösen die Klammern auf, fassen zusammen und bestimmen das X. Und damit wäre die Aufgabe auch fertig. Und weil das Ganze jetzt nur nötig, die Lösung dieser Aufgabe in die Länge ziehen würde, habe ich schon mal so die einzelnen Schritte vorbereitet. Also, ich habe die Klammer aufgelöst, zusammengefasst, alles auf eine Seite gebracht. Dann hatte ich diese quadratische Gleichung als Ergebnis. Und die kann man dann entsprechend lösen. Entweder mit der ABC- oder Mieternachsformel, PQ-Formel oder meinetwegen auch quadratische Ergänzung, was euch immer mehr liegt. Und es gibt zwei Lösungen, X1 und X2. Jetzt müssen wir nur noch auf eine Kleinigkeit achten. Und zwar, da oben in der Aufgabenstellung steht unbedingt, dass PA größer als PB sein sollte. Und wenn man das berücksichtigt, dann macht nur die erste Lösung mit 0,42 Sinn. Weil, wenn wir jetzt diese Wahrscheinlichkeiten, die gesucht sind, ausrechnen, also P von A, dann müssten wir jetzt hier entsprechend X plus 0,18 ausrechnen. Also, wir haben dann 0,42 plus 0,18. Sind zusammengefasst 0,6. Und P von B, wenn wir auf der rechten Seite der Vierfeldertafel schauen, ist 0,72 minus X. Also, sind 0,72 minus 0,42. Und das ergibt dann 0,3. Und ist dieser Wunsch hier der Aufgabenstellung auch noch erfüllt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Und zwar, ihr habt bereits gemerkt, in diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass ihr auch die bedingte Wahrscheinlichkeit kennt. Sowie Mischaufgaben zwischen bedingter Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit. Vor allem für die Abiturprüfung ist das auf jeden Fall von Bedeutung. Außerdem, wenn ihr ein Grundstudium seid, macht es durchaus Sinn, dass ihr eventuell noch den Satz von Bayer und Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit anschaut. Wenn Bedarf Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr euch nicht gefallen.